Willkommen Kadeco, hier spricht ihr Superintendent. Ich bin sehr stolz, Sie heute als angehender Offiziere hier auf dem Campus der wohnreichen Stafford Academy. Aber fünf Leute in der ersten Reihe, kann man nicht meckern. Wir sollen einteilen, um den Transporterräumen zu weisen, weitere Stationen vorgehen. Hilf mich noch in Baden-Kampen. Die gesamte Crew der USS Enterprise ist stetschwunden. Die Pläne von Highlights des 1B-Schiffen in Reichweite. Daher erheben wir Sie jetzt direkt auf die Brücke der Enterprise-Biene. Wenn Sie den Auspasser von sich gehen, bringen Sie die Crews stattdessen zurück an Bord. Wir haben bereits ein Aufklärungs-Team-Craft-Geschiff, um Ihren Sicherung Transport zu gewählen lassen und einen Rettungsfall aus der Arbeit. Viel Glück! Ja, willkommen auf der Brücke der USS Enterprise. Mein Name ist Commander Sushiro Pekiroi und ich bin hier Ihr Ausbildungsoffizier. Sie werden gleich an einer Rettungsmission teilnehmen. Alle diesbezüglichen Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Mission zu einem erfolgreichen Ende zu bringen, entnehmen Sie bitte der folgenden Videobutter. Computer übertragen, schlafen. Okay denn, mein Name ist Lieutenant Fabian De Luca. Ich bin ein Mitglied von Commander LaForge, Ingeniors Crew. Die gesamte Crew der Enterprise wurde entführt. Sie wird auf dem Borg-Kubus gefallen gehalten. Zusammen mit hoherigen Passagieren, mit denen wir auf dem Weg zum Friedensgipfel waren. Die Borg haben die Absicht, die Gesatten und die Crew zu assimilieren. Commander LaForge und ich haben es geschafft, diese Übertragung auf eine niederpriorisierten Subraumkommunikationsfrequenz der Borg zu senden. Wir haben nur diese eine Chance, hier liebend rauszukommen. Die Borg-Schüler machen es unmöglich, dass sich Mitglieder der Sternflotte in den Kubus oder aus ihm herausbeamen. Allerdings haben wir nur unseren ersten Zusammenstoß mit dem Borg eine Sparstelle ausmachen können, an der das neuro-elektrische Feld von einem Shuttle des Typ 6 durchbrochen werden kann, wenn dessen Schildfrequenz zuvor an die der Borg angepasst wird. Diese Übertragung erhält bereits die Codes, um die Schildfrequenz der Shuttles zu dekalibrieren und sie damit an die Schildfrequenz des Borg-Kubus anzupassen. Darüber hinaus enthalten Sie die exakten Koordinaten des Borg-Winkelums, welche alle Systeme an Bord des Kubus steuert. Sie müssen unbedingt das neuro-elektrische Feld durchbrechen und das Winkel zerstören. Eine automatisierte Transporter-Subroutine wurde vom Lieutenant Commander Delta in den Schiffscomputer eingespeist und die bei erfolgreicher Mission dafür sorgen wird, dass alle Mitglieder der Crew zurück auf die Enterprise gepinkt werden. Bitte handeln Sie schnell! Die Sicherheit der Förderation und der gesamten Galaxie liegt in Ihren Händen. Herr Delta, Sie kennen nun Ihre Missionsziele. Bitte begeben Sie sich zur Shuttle-Rande und befreien Sie die Geiseln. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! Bitte! 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 Wer ist der Realität? Wer ist der Realität? Wer ist der Realität? Mehrkeit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020